So, willkommen zu der neuen Folge Pokémon GO zu später Stunde. Wir haben noch mal kurz Infos für euch, ja? Ihr habt bestimmt schon das Video vom Spieletrend gesehen. Ich habe jetzt die ganze Zeit gewartet, dass GoGames oder Pokefans.net einen Artikel raushaut. Der Thomas hat gesagt, jetzt, GoGames ist am Start. Jetzt habe ich gedacht, guckst du mal kurz hier rein. Ich habe die ganze Zeit nämlich ein riesiges Fragezeichen auf dem Kopf gehabt. Wie wollt ihr das denn machen? Nun, jetzt packen sie diese ganzen Hut-kostümierten Pokémon in Raids. Du musst am zweiten Tag raiden, alle legendären, riesen durcheinander. Aber im Prinzip gibt es da nichts Neues für mich. Ist nur durcheinander. Aber erster Tag, die ganzen Shinies, alles aus dem Rauch. Während du rauchst, musst du zusätzlich aber raiden, wenn du die kostümierten haben willst. Während du raidest, verpasst du das, was aus dem Rauch kommt. Das ist für mich... Und was ist jetzt mit Pikachu? Das gibt es mit Hut, so wie die anderen. Aber du hast auch diese zwei anderen Pikachus, Popstar, also Rockstar und Popstar. Wo sitzen die denn? Wann entscheidest du dich dafür? Oder... Das ist auf jeden Fall ein riesen Durcheinander gewesen. Jetzt ist aber mehr bekannt. Wir haben eben am Ende vom Stream bei Raids für Zuschauer mit Despot da und Flampion schon ein bisschen gefaselt. Beziehungsweise Thomas hat uns vorgelesen. Und wir möchten jetzt mal hier drauf schauen, was hier steht. Nochmal vergleichen mit dem eigentlichen Thema GoFest Details. Neben den Details der offiziellen Ankündigung hat Niantic nun weitere Details veröffentlicht, die den allgemeinen Spielverlauf betreffen, aber auch bestimmte Pokémon. Alle Trainer können täglich sechsmal einen Spezialtausch machen. Das war ja sowieso eigentlich beim GoFest immer so, dass man eine erhöhte Spezialtauschrate hatte. Wieso sage ich das so komisch? Man konnte einfach mehr als einen Spezialtausch machen. Normalerweise bist du ja von weit fern angereist zum GoFest. Da gab es Schilder. Du hast dir hier drauf geschrieben, ich suche das, das und das. Ich biete das, das, das. Das haben die sich hinten in den Rücken reingeklemmt, unter den Arm geklemmt oder der Freundin auf die Brüste gemalt. Und die ist dann oben ohne immer rumgelaufen. Die Leute konnten gucken. Auf der einen Brust stand, ich suche noch Palkia. Auf der anderen Brust stand, ich biete Dialga. Und dann sind die Leute dahin und gesagt, ey, ey, yo. Digga, was geht ab, ey. Können wir ein bisschen tauschen und so. Deswegen waren meistens auch bei den Spezialtrades dann die Sternenstaubkosten reduziert. Es war nicht so teuer, wie es eigentlich teuer sein dürfte. Statt einer Million hast du da nur 800.000 bezahlt. Ist das nicht krass? Oder anders, weiß ich nicht. Vielleicht war es auch nur die Hälfte. Du hast nur eine halbe Million bezahlt, statt einer Million. Ja, aber auf jeden Fall sind da viele rumgerannt. Da waren ja auch viele, mit denen konntest du dich gar nicht verständigen. Viele Ausländer, Japaner, Franzosen, Spanier, viele Deutsche. Hildburg Häuser waren da auch. Die hast du eh nicht verstanden. War auf jeden Fall immer eine coole Sache. Und jetzt ist das zurück. Sechs Spezialtrades. Das ist natürlich cool. Vor allem, wenn ihr euch zwischen zwei Versionen sozusagen wieder entscheiden müsst. Gerade mit diesen Pikachus. Der eine das hat und dann lauter Pikachus kriegt mit dem Kostüm. Der andere Pikachu ist mit dem. Möchte man ja auch tauschen. Dann hat der eine aus dem Rauch vielleicht 20 Karadonis bekommen. Der andere hat gar keins. Hat aber für Jiu Testo 50 Mal. Dann könnt ihr das auch tauschen. Und das auch und das auch. Und hin und her. Und keine Ahnung. Wird auf jeden Fall eine feine Sache. Von Freitag, der 16. Juli, 22 Uhr deutscher Zeit. Bis zum Montag, der 19. Juli, 8 Uhr. Das Go-Fest geht ja erst am Samstag um 10 Uhr los. Glaube ich zumindest um 10. Alle schreiben immerhin 11 Uhr an den Buddy zum Leveln. Aber vielleicht, weil 11 Uhr eine Zeit ist vom C-Day. Ihr könnt also trotzdem schon am Freitagabend von 22 Uhr bis 0 Uhr. Sechs Trades machen. Noch vor dem eigentlichen Go-Fest. Dann am Samstag im Go-Fest. Am Sonntag im Go-Fest. Und am Montag. Also 0 Uhr bis 8 Uhr am Montag. Habt ihr noch Zeit, nochmal sechs Stück zu machen. Würde ich auch an eurer Stelle machen. Macht das auf jeden Fall. Selbst wenn ihr nur XL-Bombombs für irgendwelche Pokémon braucht. Für irgendwelche Legendären. Nutzt das in sechs XL-Bombombs. Wofür ihr sonst sechs Tage braucht. Könnt ihr das an einem Tag machen. Wer also gut planen, kann insgesamt 24 Mal einen Spezialtausch machen. Coole Sache. Pikachu mit einem Meloetta-Hut erscheint Samstag und Sonntag. Mit etwas Glück begegnet ihr einem schillernden Pikachu. Wild. Aus dem Rauch. Sonst wo? Hier steht nichts von Rauch. Und ich finde, es ist genug Zeug im Rauch drin. Wo man Glück haben muss, dass das überhaupt dann mal aus dem Rauch kommt. Also hoffe ich, dass das die ganzen zwei Tage einfach wild erscheint. So wie restliche andere Pokémon auch wild. Aus dem Rauch kommen wir wahrscheinlich dann schon. Nee, nicht aus dem Rauch. Doch aus dem Rauch. Boah, das ist so kompliziert alles. Ich blick gar nicht mehr durch. Das mit dem komischen Hut, mit dem Meloetta-Hut. Das wird sicherlich einfach wild die ganze Zeit spawnen. Die anderen glaube ich aber, dass sie dann im Prinzip aus der Spezialforschung kommen. Beziehungsweise die Spezialforschung festlegt, was zusätzlich bei euch noch aus dem Rauch kommt. Mit welchem Kostüm. Ich blick's immer noch nicht. Das ist mir einfach alles zu hoch. God-A-War kann die exklusive Attacke Synchro-Lehrm. Die Beldra kann die exklusive Attacke Erdkräfte. Sind die Sida-Attacken? Ja, ist okay. Können sie ruhig machen. Interessiert mich eigentlich nicht. Das Pikachu, ja, das ist wild. Sonst hätte ja hier dargestanden, dass das im Rauch kommt. Dann habe ich gesagt, wie das ist mit den Raids. Weil wenn ihr am ersten Tag eigentlich, da geht es ja nicht um Raids, sondern erst am zweiten Tag. Aber am ersten Tag gibt es die anderen komischen Pokémon mit Hüten. Waren vier Stück. Jetzt wissen wir, nur zwei von vier müsst ihr raiden. Also das Galopper und das Zickzacks wird in Raids mit dem Hut auftauchen, was ihr Shiny raiden müsst. Goddavor und Libeldra werden nicht in Raids auftauchen mit dem Hut als Shiny. Die kriegt ihr dann auch aus dem Rauch. Je nachdem, für was ihr euch entscheidet. Entscheidet bei der Spezialforschung. Also in der Spezialforschung entscheidet ihr euch für eins dieser Pokémon. Die kommen aus dem Rauch. Und wenn ihr euch dafür entschieden habt, hat es eine Mütze auf. Das andere kommt auch aus dem Rauch, aber ohne Mütze. Der eine nimmt also das, der andere nimmt das. Würde man gucken, dass man sagt, okay, du nimmst das, du das. Je nachdem, wie ihr euch auch bei Pikachu entschieden habt. Auch bei der Spezialforschung. Der eine nimmt das, der andere das. Aber wo kriegt ihr dann diese Pikachu her? Die ja auch Shiny sein können. Dieses Rockstar und Popstar. Du entscheidest in der Spezialforschung, welches auftauchen soll. Aber das kommt dann auch aus dem Rauch, oder wie? Also Icognito aus dem Rauch. In den besonderen Habitaten die besonderen Viecher aus dem Rauch. Neue Shinies. Dann aber auch eben Gardevoir und Libeldra aus dem Rauch. Je nachdem mit Hut oder ohne Hut. Aber auch die zwei Pikachus aus dem Rauch. Aber eben nur bei dir das und bei dem anderen das. Während das dritte Pikachu mit dem Hut wild erscheint. Zusätzlich auch mit Schallquab und Flurmel und allem anderen. Aber aus dem Rauch dann eben wieder die Kontinentalen. Und das ist auf jeden Fall heftig. Gibt aber nicht nur die zwei Stufe 1 Raids. Sondern eben auch Capuno. Raids am 17. Juli. Wo soll man die Zeit hernehmen, da zu raiden? Auch während dem ersten Spieltag gibt es Raids. Darunter Galaponida, Galazickzacks, die einen Meloetta Hut tragen. Ist auf jeden Fall richtig wichtig. Die kostümierten Pokémon wurden bereits vorab in der Dada Mine entdeckt. Nayendik betont klar, dass Galaponida und Zickzacks mit dem Hut schillernd sein können. Aber sich nicht entwickeln können. Das ist gut. Ihr braucht nur einmal das. Die restlichen Raids kann ich eigentlich getrost links liegen lassen. Also Capuno brauche ich nicht. Shiny-Familie ist voll. Cognodon, Capalores, Capoeira und Galazmogmog gibt es eh nicht als Shiny. Noch nicht. Kann ich auch weglassen. Würde ich an dem Tag auch komplett ignorieren an eurer Stelle. Obwohl manche könnten sich ein gutes Cognodon noch holen. Ist auf jeden Fall auch ein guter Gesteinsangreifer in den 3er Raids hier. Macht ihr einen 3er Raid? Habt ihr Interesse an Smogmog, Capoeira oder Cognodon? Schreibt es mal rein. Oder wollt ihr die Hut-Shinies haben? Oder werdet ihr Capuno raiden wegen Shiny? Schreibt es rein, schreibt es rein. Ich werde alles ignorieren. Aber Punita und Zickzacks ist ein Muss. Gibt es nur da. Selbst Caradonis als Shiny und Jiu Testo als Shiny werden eingeführt und sind nach dem Go-Fast weiterhin als Shinies erhältlich. Die sind zwar auch seitdem als Shiny erhältlich, aber die kriegt ihr nicht einfach so. Und vor allem, wenn ihr die dann danach irgendwann kriegt, haben die keine Hüte mehr auf. Also ganz klarer Fokus auf die zwei, Punita und Zickzacks mit Hüten. Details für Ticketbesitzer Rockstar Pikachu kann die Attacke Diebeskuss. Popstar Pikachu kann die Attacke Sternenhieb. Das ist der Bruder von Medagross dann. Gardevoir und die Beldra erscheinen sowohl im Rauch als in der Spezialforschung. Jedoch nur das Pokémon, für das ihr euch entscheidet, trägt wild einen Hut. Hm. Ich würde sagen, der, der Rockstar nimmt, der nimmt auch die Beldra und der, der Popstar nimmt, nimmt auch Gardevoir. Dann passt das irgendwie so zusammen. Pupsi hat dann das Elegante und ich habe dann das hässlige Zeug alles, Beldra und das. Wird auf jeden Fall interessant und dafür dann auch die Spezialtrades. Macht Schnappschüsse am Samstag für Begegnungen mit Rockstar oder Popstar Pikachu. Je nachdem, für welches ihr euch entscheidet. Na. Okay, eben habe ich noch gerätselt. Ob. Gut. Das würde ja trotzdem im Endeffekt dann heißen, dass es die zwei vielleicht gar nicht als Shiny gibt. Das mit dem Milueterhut als Shiny? Auf jeden Fall. Rockstar, Popstar Pikachu bisher hat noch nirgendwo in Artikel gesagt, dass es die als Shiny gibt. Die haben Grafiken davon veröffentlicht, wie die als Shiny aussehen, aber standen irgendwo, dass die auch Shiny sein können. Denn wenn ihr, die ihr nicht aus dem Rauch kriegt und nicht aus der Spezialforschung, ihr euch nur entscheidet und dann, für das, was ihr euch entschieden habt, das aus den Schnappschüssen kommt, das ist ja noch bekloppter. Wenigstens kommt es nicht aus dem Rauch, da habt ihr schon genug drin. Jetzt kommen die aus Schnappschüssen, je nachdem, für welches ihr euch entschieden habt. Ist das trotzdem noch Shiny? Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die dann doch nicht Shiny sein können, sondern halt einfach nur dieses Kostüm haben und das reicht. Während das mit dem Milueterhut aber Shiny sein kann. Also das ist... Sammelt das mal alles auf im Kopf, ne. Macht Schnappschüsse am Sonntag für Begegnungen mit Libeldra und God of War, je nachdem, für welches ihr euch entschieden habt. Am Samstag, also Pikachu mit seinem Kostüm, am Sonntag, God of War, Libeldra. Ja, aber die können ja dann Shiny sein. Und sind dann trotzdem in den Schnappschüssen. Also kann Pikachu vielleicht auch aus den Schnappschüssen da kommen. Und kommen die anderen Pikachus jetzt doch auch aus dem Rauch und das ist nur zusätzlich. Ich blick da nicht durch. Tut mir leid, Jungs, ich hab da keine Ahnung. Je nachdem, für welches Pikachu ihr euch entscheidet, erhaltet ihr eine andere Pose als Belohnung. Die Pose ist mir wahrscheinlich sowas von egal. Ich werde die eh nicht einnehmen, aber natürlich. Die könnt ihr nicht tauschen. Die ist dann halt an euren Account geheftet. Exklusive Avatar-Items. Avatar-Items inspiriert durch das Go-Fest 21 erscheinend im Shop. Trainer mit einem Ticket erhalten ein exklusives Milueter-T-Shirt. Budapest steht da drauf. Auf meinem jetzt. Das Pokémon-Go-Fest-T-Shirt ist kostenlos für alle Spieler im Shop. Das gleiche T-Shirt kann man im Pokémon-Sender USA kaufen. Da werden sicherlich alle das Go-Fest-T-Shirt wieder anziehen. Die Ticket-Inhaber werden sich das Milueter-T-Shirt anziehen. Und wird auf jeden Fall nett, dass man sich da umkleiden kann. Aber rotierende Habitate. Die Habitate standen ja schon fest, auch die Pokémon darin. Jetzt ist die Reihenfolge auch da. Rotierend, stündlich wechseln. Das erste Habitat beginnt dabei in der ersten Zeitzone, in der das Pokémon-Go-Fest startet. Und anschließend wechselt das Habitat zu jeder vollen Stunde weltweit. Wir haben die verschiedenen Habitate für Deutschland, Österreich und Schweiz aufgelistet, sodass ihr wisst, wann welches Habitat vorherrscht. Welche Pokémon für welches Habitat angekündigt wurden, könnt ihr hier nachlesen. Jetzt drücken wir mal da drauf. Was ist denn das? Zack, und da ist der selbe Artikel, den ich hier oben schon mal reingepackt habe. Also kann ich den wieder wegpacken. 10 Uhr Dschungel, dann Wüstenberg, dann Ozeanstrand, dann Höhle. Dann wieder Dschungel, Wüstenberg, Ozeanstrand, Höhle. Das wechselt also so durch. Aber ich habe euch ja eh schon gesagt, dass ich es eigentlich... Dschungel, ja, da stehen nur die normalen Sachen drin, ja. Da stehen jetzt hier nicht die heftigen Sachen. Dschungel ist plaudergeil dabei, aber Kabalores, Follipurba, Serbi-Royal. Dschungel ist uninteressant, in der Zeit kann ich wahrscheinlich raiden. Wüstenberg, Flamara, Despotar, Libeldra, dann mit Hut und Shiny, Jiu-Testo. Shiny, das ist auf jeden Fall Wüstenberg, klatscht komplett rein. Dschungel ist Zeit zum Raiden. Da könnt ihr euch schon mal einen Plan machen, wann ihr vielleicht auf die Hutjagd geht. Und wann ihr einfach nur den Rauch begutachtet. Ozean, dann hier, Garados ist fett. Karadonis, auch neues Shiny, auch richtig fette Sache. Aquana, Azumarill, okay, aber trotzdem Garados, Karadonis drin, neues Shiny. Und dann Höhle nach Tarragadevor. Ab Solvoltull, da ist das Gadevor dann drin. Aber, wenn ihr natürlich das andere gewählt habt, dann könnt ihr euch da entspannt zurücklegen und der andere ist dran. Das heißt, Wüstenberg, komplett diese Stunde, muss ich rauchen bis zum Umfallen. Die anderen können dich gemütlich Raids machen, beziehungsweise Ozeanstrand noch auf Karadonis achten, aber da ist das gar nicht so viel. Ihr könnt euch auf bestimmte Sachen dann konzentrieren. Hyperbonus ist auch ein bisschen was angekündigt. Ihr wisst, wie das ist. Es gibt insgesamt 24 Herausforderungen während des Go-Festes. Je schneller ihr in einer Stunde eine meistert, ist der Rest dieser einen Stunde dann ein Bonus freigeschalten. Und je mehr Bonuse wir freischalten, je mehr Herausforderungen wir schaffen, desto krasser ist der Ultra-Bonus, der dann nachkommt. Und wenn wir wirklich alle Sachen schaffen, wird Stufe 3 freigeschalten. Das sind auch diverse Zeiträume hier. Die erste Zeit ist vom 23. Juli bis 3. August. Wir wissen ja, dass eigentlich Mewtwo vom 15. Juli bis 23. Juli da ist. Dann würde wieder ein Raid-Boss kommen, der noch eine Überraschung sein soll. Jetzt seht ihr, der Ultra-Bonus würde am 23. starten. Das heißt, eigentlich steht eh schon fest, dass am 23. Juli der nächste Raid-Boss kommt. Nämlich der, der freigespielt wird, weil wir 8 Herausforderungen schaffen. Man könnte denken, die machen das eh so, egal ob wir es schaffen oder nicht. Pokémon aus unterschiedlichen Zeitaltern erscheinen. Das ist wie ein kleines Event, ja. Raum und Zeit. Zeit. Zweiter Raum, weil es ist Stufe 1, Zeit. Stufe 2, Raum. 6. August bis 17. August. Pokémon von verschiedenen Orten erscheinen. Zeit und Raum. Dialga, Palkia, Palkia, Dialga. Shiny. Dann noch was dahinter. Wird noch angekündigt. 20. August bis 31. August. Thomas sagt, da würde jetzt hier dann Giratina dazu passen, weil die gehören ja irgendwie zusammen. Aber das wäre irgendwie dann nicht so cool, weil Giratina gibt es ja schon als Shiny beide Formen. Waren auch schon da. Dialga und Palkia wären neu. Kommt auch zum Go-Face. Aber nicht als Shiny. Vielleicht danach als Shiny. Aber dann wäre die Stufe 3 ja eigentlich am langweiligsten, weil das ja dann nichts Neues ist. Andere sagen, Arceus kommt. Bruder, schwör. Ob das jetzt so ist, weiß ich nicht. Müssen wir uns dann angucken. Fazit. Wie schon die Pokémon Go Kandotour ist, dass Fest 221 darauf ausgelegt, in Zweiergruppen gespielt zu werden. Durch die Entscheidungen innerhalb der Spezialforschung erhalten die Spieler unterschiedlich gekostümierte Pokémon. Wer also alle Kostüme haben möchte, muss wohl oder übel tauschen. Sechsmal am Tag. Der Hyperbonus klingt vielversprechend, jedoch ist der Bonus aktuell so formuliert, dass verschiedene Interpretationen zulässig sind. Najenik spricht hier von der Krümmung von Raum und Zeit. Was zu seltsamen Ereignissen für diese Formulierung erinnert doch sehr an das Dimensions-Trio. Dialga, Palkia, Giratina. Es wäre also durchaus denkbar, dass nach langer Abwesenheit nun endlich auch Dialga und Palkia mit ihrer schillernden Variante erscheinen. Dann wäre 1 und 2 krass, aber 3 nicht krass. Aber trotzdem gutes Pokémon. Was die Krümmung des Raumes anbelangt, lässt dies die Interpretation zu, dass verschiedene regionale Pokémon weltweit erscheinen. Dies wäre auch nicht abwegig, da regionale Pokémon bereits häufig Teil des Ultrabonuses waren. Und das ist jetzt hier das Fazit gewesen. Es bringt ein bisschen Licht ins Dunkel, aber alles ist für mich immer noch nicht klar, da ich immer noch nicht weiß, was ist Gottverdammt denn jetzt nun mit diesem Popstar-Pikachu und mit diesem Rockstar-Pikachu los. Ihr entscheidet euch in der Spezialforschung dafür, welches bei euch erscheint. Am Samstag kommt das auch aus Schnappschüssen? Kommt es nur aus Schnappschüssen? Oder kommt es auch aus Schnappschüssen? Aber ansonsten, kommt das dann wild? Wild kommt ja das andere mit dem Hut. Also kommt es auch aus dem Rauch oder wie? Das steht aber nirgendwo. Ich weiß nur, dass Gardevoir und die Beldra dann aus dem Rauch kommen. Mit Kostüm. Alles klar abgeklärt. Und am Sonntag auch aus den Schnappschüssen. Was ist mit Rockstar und Popstar-Pikachu? Wenn ihr es wisst, schreibt es mal in die Kommentare oder wenn ihr denkt, ihr wisst es. Das ist im Prinzip fast dasselbe. Nur das eine, dann weiß man es und bei dem anderen, dann denkt man es zu wissen. Und denken es zu wissen, das erlebe ich ja jeden Tag. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Ich habe mich ein bisschen wieder hier so, weil ich das alles so toll finde. Deswegen weiß ich jetzt, eine Stunde lang werde ich raiden. Eine Stunde lang werde ich dann alles aus dem Rauch mitnehmen. Obwohl in der Stunde, wo ich raide, muss ich ja eigentlich auch rauchen wegen Icognito. Weil das kann ja die ganze Zeit kommen. Aber da brauche ich auch nur das F und nicht das G. Egal, wir nehmen eh alles mit, was kommt. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.